ARD Text im Auftrag von Funk Schüsselkarte für die Duschen finden Am besten gehen wir hier durch Ist der einzige Weg momentan Was ist denn los hier? Es schnackt sich raus Wie zählt der dem Kopf? Guck wie das Blut da rausfliegt Und der Fett ist auch da Ach du heilige Scheiße Ich glaube der möchte das mit uns machen Der hat die Schüsselkarte Okay am besten jetzt ganz schnell zurück Wie sie keine Schlüsselkarte Bevor der Fett hier nach oben kommt Okay Und? Ja Ach ist auf Nachtsicht Willst du die Tür hinter dir zumachen? Ja Versuch mal das nächste Mal bitte die leise zu machen Ne das geht nicht Nein das geht nicht Boah alter Entkommen wir durch die Duschen Von wem sollen wir denn entkommen? Okay am besten rennen wir jetzt die ganze Zeit Wenn wir entkommen sollen Wird wohl irgendeiner gleich von hinten kommen Oh 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 mein Alter lauf an ihm vorbei Der wird tot? Nein du hast doch einmal Wir sind tot Oh 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 bitte Willst du mich ja nicht verarschen? Sollte das so? Nein Ich glaube nicht Wir sollen durch die Dusche Vielleicht musst du direkt an ihm vorbei rennen Weißt du? Sicher? Ja du kannst ja nicht nach hinten wieder rennen Da steht der ja wieder hinten Okay einfach vorbei rennen Renn an ihm vorbei Oder in irgend so ein Fenster vielleicht rein Renn Ne Okay so geht das auch nicht Warum tötet der denn mit uns Wieso tötet der uns mit einem Schlag? Ich weiß das nicht Wo sollen wir denn lang? Vielleicht durch die Fenster? Ja Stimmt Ja WTF Okay Okay Da ist noch ein Laken Das erste freie Fenster nimmst du Da Durch 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 Oh Sauber Oh Alter Spurlos verschwunden Ich kletter jetzt weiter ne Ist das Fenster offen? Ja Rein und direkt weiter rennen Nachtsicht an Renn 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 Bitte Bitte Ich laufe Schneller Rechts Durch die Tür Arte zumachen Nachtsicht aus Okay am besten Ja genau Na du kannst Nachtsicht ausmachen Jetzt genug Licht Okay Dreh ich mal um Da war noch ne Tür Hinter dir Ja okay Kannst du hier auch auf Von erst mal Da liegt bestimmt irgendwo ne Batterie oder sowas Ne glaube ich auch Hier Nein Da müssen wir bestimmt gleich durch Ja sorry Ah da hier ist wieder ein Wo kann man sich verstecken Ja dass man sich nicht verstecken muss Ja trotzdem Angst ist hier noch eine Batterie Soll ich gleich einfach drauf drücken Ja Ja wo dann hin Da kommen wir hundertpro Einer Vielleicht müssen wir gleich direkt raus sprinten Soll ich die Tür da hinten nochmal eben aufmachen Hier gibt's noch ne Tür Ja Ja Da okay Da müssen wir dann direkt durch Ja Okay Okay Dann Go Hörste Da kommen sie Beeil dich Der Helm ist wieder oben durch Ich hab keine Ahnung Ich geh da einfach hin Ich hab gedacht Dass jetzt irgendeiner rauskommt Warte ich will eben gucken Ob da jetzt jemand ist Mal nachts Da ist 5000%ig einer Weiß ich nicht Ach wieso sollte genau in dem Augenblick Da was aufgehen Ich hab absolut keine Ahnung Es ist mir aber auch echt gesagt Scheißegal Oh Am Meer ist doch der Der dicke Fettsack Der anderen Leuten gerne den Kopf abreißt Hm Nachtsicht aus Darunter und dann durch die Tür Ja Nein Du wirst da runter gehen Oh Die ist zu Oh Lauf Lauf schneller Sackgasse Sackgasse Links durch die Tür oder so Nicht zurück Wir sind tot Scheiße Können wir noch entfliehen Ich glaub da ist den Kopf abgerissen Nein Ich auch Hä Wie soll das denn gehen Oder kann man irgendwie durch den Lüftungsschlacht entfliehen Äh Lüftungsschacht entfliehen Oder ist er schon Ach lol Warte warte Guck mal was der macht Lauf doch hoch da Oh mein Gott Guck mal ob man hier irgendwie entfliehen kann Oder ob man zurück muss vielleicht sogar Da kann man auch durch Das kann sogar ganz gut sein Dass man zurück muss Weißt du was Wir probieren das einfach aus Was dass du zurück gehst Ja Sicher dass man nicht durch den Lüftungsschacht weiter gehen muss Ach nee da kommen wir gar nicht drüber Da ist ja die Die Der Tisch vor Keine Ahnung Wir müssen wahrscheinlich durch den Lüftungsschacht irgendwie weiter Okay sprich mal darüber Hoch Er kommt von hinten jetzt Das weiß Oh das kann man sogar aufmachen Ich glaube das war geplant Ich glaube das war geplant Ich glaube das muss so Ja das kann sein Ja das muss so Oh Da sind schon ein paar mehr gestorben Speichert Okay Finde einen anderen Weg in die Dusche Duschen musst du dich Sind wir jetzt wieder hier unten Ja Oh der Fettsack ist hier unten Irgendwo ne Hörst du ihn Da kommt der Du guck dich Ich glaube du machst Du wartest bis der irgendwie rechts ist oder so Und jetzt sprintest du Ne warte Er kommt der sieht dich Okay Warte Warte Der ist ganz schön nah Der ist hinter uns Links Ne Was war das Oh hier durch Wir kommen Guck ich mal hinter dich Okay der kommt nicht Weiter 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 Es speichert unten links Das ist gut Durch hier Ich glaube der war aber lieb Das war der Mönch Kann das sein Nein das war nicht der Mönch Wo ist der hingelaufen Oh mein Alter ich hab Ach hier wurde der eine Typ geköpft Okay Ja läuft Oh komm schon bitte Kannst du Ne wo ist es denn jetzt hier Wird es hier wieder in der Mitte Ne Da hinten ist der Nein das ist nicht der Dicke Mann da sind alles Alles gefangen Die Leute Das ist hier die Arena des Todes Oh ich dachte gerade schon Du läufst dem Direkt in die Arme Ach hier Was ist hier Ne hier ist nichts Juckt es dich Alter ich tue doch mal ab Ey Lassst du hier aufmachen Es juckt mich Nein hier muss man nicht Glaube ich nicht Was Aber wo muss man denn lang Alter Hier Da kamen wir her Und hier kommen wir nicht lang Was will der eigentlich in der Zwangsjacke Die ganze Zeit vor uns Ratterien sind leer Nein hier muss man garantiert nicht hin Ja wo dann Ich will dir Helde führen Er will dir helfen Guck mal wenn du dich irgendwie vor ihn stellst oder sowas Ob du irgendwas machen kannst Hallo Muss dir ein Geheimnis verraten Okay ich muss dann gar nichts raten Sag Ich glaube der will nur Zeit schinden Bist du mein Freund Ja bin ich Juckt es dich Juckt mich nicht Es juckt mich Juckt mich nicht Juckt Block D Da war Block D Hallo Mann Was müssen wir denn hier machen Alter Geh mal zurück Da war hinten Da war Block D Ja Ach rechts Genau Da steht doch Block D Ja Was soll ich damit jetzt Keine Ahnung Vielleicht musst du nach oben da dran springen Und einfach nach oben klettern Alter Alter Ui Alter wie stark ist der denn Ich glaube das war unser Freund Echt Mit Facecam wer das übertrieben hat Oh nein ich will hier nicht lang Warum nicht Weil der uns dann wahrscheinlich erwürgt oder so Alter Müssen wir aber Komm Nein bitte nicht Bitte nicht Guckt zu ihm Geht nicht Geht nicht Ich kann mich manchmal so weit bringen Loll Bist du jetzt nach unten gesprungen Nein Oben oder Ich glaube ehrlich gesagt überhaupt Oh ne Da müssen wir irgendwas freischalten Wieder irgendwas aktivieren Okay Was sagt die Zeit Die Zeit sagt Die Zeit sagt Drei Minuten wie immer Okay Ich habe ein gutes Zeitgefühl Okay Okay Da was bringt Eine Batterie Sehr gut Geht mir die Batterie Alter Sauber Die konnten wir jetzt echt gebrauchen Auch wieder so ein psychiatrischer Tipp Alter Das ist nicht so toll Guck das schaffst du Ich schaff das auch Spring Sehr gut Jetzt lauf Jetzt klingelt das Ja sehr gut So Wie tief Geh weg Der will was böses von uns Lauf weiter Lauf Oh Alter Der möchte uns töten Da unten her krabbeln Oh Der sieht nett aus Ja Ihr könntet zu Germany's next shopmodell gehen glaube ich Auf jeden Fall Oh vor geht in Blut Oh yes Warum leckt das jetzt so Okay jetzt geht es wieder Wall Und wir haben uns was aufgeschrieben Und die Zeit sagt Wir müssen jetzt aufhören Okay Ja lol Ich finde einen Weg aus der Kanalisation Sehr gut erspeichert Das ist auch gut so Würde ich sagen Das war's für diesen Part Wirklich Wirklich Ja Wir hoffen natürlich wieder Weil es hat euch gefallen Lasst eine positive Bewertung Da wenn ihr euch auch so kuselt Wie viel Alter Und ja Das war's Auch dann ein bisschen Bis zum nächsten Video Tschüss Bis dann